Ich finde es total richtig zu sagen, wir müssen eine Arbeitswelt, wir müssen eine Lebenswelt schaffen, in der man nicht krank wird, in der man nicht kaputt geht. Und die Viertageswoche hat in ganz vielen Studien, in ganz vielen Modellbeispielen gezeigt, dass das eben funktioniert. Also Viertagewoche ist das Thema. Zum Beispiel, ja. Und gleichzeitig voller Lohnausgleich. Nochmal die Frage, wer erarbeitet das alles dann? Darf ich? Nee, 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 ich will Frau Stoller da gerade jetzt nicht rauslassen. Sie dürfen sofort. Ja, naja, also die Frage, Sie stellen ja quasi die Frage, wie man zu einem höheren Wirtschaftswachstum kommt. Zum Beispiel. Genau, und bei dem Wirtschaftswachstum, was man jetzt gerade sieht, da gibt es ja zum Beispiel zwei Komponenten, die man feststellt, weshalb das Ganze nicht so gut läuft. Das eine ist zum Beispiel der Fachkräftemangel, haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, und zum anderen auch staatliche Investitionen. Der Staat muss investieren dafür, dass das Wirtschaftswachstum wieder sozusagen in die Höhe schnellt und wir können es uns nicht leisten, einfach gerade dabei zuzusehen, wie im Zweistellunternehmen pleite gehen und dann Arbeitsplätze verschwinden.